Hi Leute, Corona geht weiter. Ich hoffe ihr habt fleißig Bürbys gemacht. Ich ja. Mir tut echt alles weh. War so eine Sonderaktion, die nicht hätte sein müssen. Wir haben den Spaß auf YouTube natürlich. Das heißt heute Erholung zu den Bürbys. Ihr macht Kniebeugen, denkt dran, ich zeige es euch von der Seite, bleibt auf der Ferse und geht bis ganz tief runter in die Hocke. Ihr könnt zwischendurch mal eine Fußstellung ändern, so wie ihr es aus dem Erwärmungsprogramm kennt. Und dann macht ihr ein paar Kniebeugen. Übertreibt es nicht, je nachdem wie fit ihr seid, 10 bis 30 Kniebeugen. Und das deckt wieder ab mit quasi etwas Erholung bzw. Dehnung für den Rumpfbereich. Also bei mir persönlich hat er ziemlich gelitten bei den Bürbys. Das heißt, ihr macht hier einen extremen Katzenbuckel. Und dann geht er runter ins Vollkreuz und versucht das Kinn so weit hoch wie möglich zu nehmen. Und dann mit der Katzenbuckel. Dann macht ihr so fünf bis zehn Mal geschmeidig die Dehnung, bevor ihr wieder zu den Kniebeugen kommt. Und das Ganze wieder fünf bis zehn Runden. Viel Spaß. Bis gleich. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.